Hallöchen Leute, willkommen wieder mal zurück zu Pokémon Schwarz in Ondula und ich stehe mal wieder vor dem von Zasta Anwesen, aber nicht um Schätze zu verkaufen, sondern um mal wieder zu kämpfen. Da bist du ja, mir war so furchtbar langweilig, sieht man mir bestimmt auch an, oder? Ich trete gern wieder gegen dich an. Okay. Eine Herausforderung von Zasta Drake. So, und er hat immer noch sein Barmellin, wie schon beim ersten Kampf, und ich hab mein Flammerex. Jetzt ist nämlich endlich genug Zeit vergangen, dass ich wieder gegen ihn antreten kann, und deswegen werde ich ihn einfach nochmal besiegen. Stromstoß! Dabei habe ich nicht du doch so viel zu tun, wie kannst du es nur wagen. Hui, da hat aber jemand Spaß. Na Trainer, wie geht's? Irgendwie langweile ich mich im Anwesen meines Vaters nur. Wärst du vielleicht so freundlich, mir ein wenig deiner Zeit zu schenken? Eine Herausforderung von Zasta Ludovike, und sie hat ein Teddy-Ursa. Das ist nämlich endlich das zweite Familienmitglied aufgetaucht, gegen das ich kämpfen kann. Das müsste die große Schwester sein. Also, Teddy-Ursa vor Level 61 müsste es schon längst ein Ursaring sein, aber egal. Durchbruch! Und zack! Und dann hat sie noch ein Schlapp-Ohr! Dürfte auch kein Problem sein, ist ja auch ein normaler Pokémon. Nochmal Durchbruch! Oh, es macht Swango! So, und schon habe ich Scham-Bolzen von Flamme-Rex, also habe ich jetzt angenommen, aber egal. Nimm dies! Solche billigen Tricks funktionieren bei mir sowieso nicht. Das bist du doch stark! Ei, 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 hier ist ja ganz schön was los. Vielen Dank, dass du dich meinen Enkeln als Gegner zur Verfügung gestellt hast. Nun, wenn du erlaubst, ich bin dann mal so frei und überzeuge mich selbst von deinen vielgepriesenen Fähigkeiten. Eine Herausforderung von Zasta Eulalia. So, Bronzl ist erstes Pokémon, die hat schon drei Pokémon dabei. Das ist jetzt also die Großmutter der Familie. Eulalia. Das ist aber ein schöner Name. So heißt auch nicht jeder. Flammblitz! Das war's schon mal für Bronzl. Als nächstes... Golgantis! Wechseln! Auf... Pranabat! Macht Nerdbeben und weg ist es! Obwohl, ne, Blödsinn. Ein Surfer wäre dann doch besser. Ist ja Bodengeist, nicht gesteinkt. Das ist Bodengeist. Also Surfer bitte. Sehr effektiv. Also bei denen kann man auch noch wunderbar seine Pokémon trainieren. Vor allem bekommt man richtig viel Geld, wenn man gewinnt. So, und jetzt noch ein Kangama. Nochmal Surfer. Wutanfall. Oh mein Gott, das ist kaum eine Drachenattacke. Wie geht das denn? Egal, das stecken wir doch locker weg. Spür die Welle! Wechseln wir gleich nochmal. Oho, da hab ich wohl verloren. Du bist wirklich stark. Hoho, nach so langer Zeit mal wieder einen Pokémon-Kampf bestreiten zu können, da kommt Freude auf. Es juckt mich schon in den Fingern. Wärst du so freundlich, dich mir im Kampf zu stellen? Eine Herausforderung von Zaster Clifford. Der hat jetzt schon vier Pokémon und er hat ein Potrot. Das ist das Pokémon mit den allerhöchsten Verteidigungswerten überhaupt. Dafür sind Angriff und Schwerzangebote ziemlich bescheiden. Mal sehen, wie wenig ein Durchbruch jetzt abziehen wird. Weil das ist Käfergestein. Also Durchbruch. Naja, es geht eigentlich Kraft-Trick. Potrot horcht Angriff und Verteidigung. Das ist natürlich dann noch besser. Flammblitz. Und Potrot hat Felsagt. Als nächstes ein Rabigator. Aber das... Jetzt gehe ich mal, die will ich dann nämlich doch lieber braun. Aber Arz könnte ihm natürlich eins mit dem Durchbruch verpassen. Aber wenn das nur ein Erdbeben macht, Flammbrix ist schon angeschlagen. Das tue ich mir nicht an. So, Surfer. Ja, das ist eigentlich ein Erdbeben. Du kannst mich mal. Kommt davon. Schnurpleck. Okay. Soll Piranha-Bots noch weitermachen. Und ruhig sein Spaß haben. Einmal streckt andere Leute nicht die Zunge raus. Das gehört sich nicht. Surfer. Dann werde ich dir deine Zunge eben spülen. Dann werde ich sie waschen mit Meerwasser. So, Blattgeißel. Das ist fies. Das ist sehr effektiv. Viel zu effektiv. Ja, im Folter war es auch noch. Du fettes Schwabbel. Flammbrix, reche es. Warum kann es so eine Attacke? Einfach nur, um mich zu narzen. Durchbruch. Und zack. Voll auf die Zunge gehauen. Ich habe die Zunge rausgerissen. Das sieht so dämlich aus. Und Level 72 für Flammbrix. Und jetzt noch ein Quaxo, Quaxo. Quaxo, Quaxo. Ähm, naja. Cody Wild, genau. Habe ich auch noch dabei. Habe ich auch wieder ins Team geholt. Und interessanterweise ist das jetzt in seiner Herbstform. Obwohl ich es in der Sommerform gefangen habe. Naja, das ist ja das Besondere daran. Holzgeweih. Ei, ei, ei. Das ist ein Holzgeweih. So, knapp überlebt. Das macht Abgesang. Alle Betroffenen bogen bei den drei Runden K.O. gehen. Das glaube ich nicht. Denn du gehst jetzt schon K.O. Bleder, Froschi. Was für eine großartige Stärke. Ja, Nanu. Was ist denn hier los? Hier geht es ja drunter und drüber. Du willst also ein starker Trainer sein? Na, dann versuch doch mal, mich zu besiegen. Eine Herausforderung von Zastatrish. Und es hat tatsächlich fünf Pokémon. Beginnt mit einem Sli-Bunna. Sli-Bunna, Sli-Bunna. Unlicht Eis. Das Eis ist heiß. So, er Zwinger wirkt. Kannst du gerne machen. Ja, das ist aber das große Problem an diesem Kampf, dass man ja in einem Zug gegen Diale antritt, muss ohne Heilung dazwischen. Das heißt, ich muss jetzt selber einen Beleber verwenden. Oder doch lieber einen Top-Beleber. Ne, Top-Beleber hab ich mir lieber auch für die Pokémon-Liga. So, normaler Beleber für Flammberex. Das soll wieder zurückkehren. Nachthieb. Naja, so viel Schaum macht das gar nicht so. Und jetzt noch KPA-P-Erholung. Hypertrank. Flammberex. Und schon geht's Flammberex wieder gut. Das macht scheinbar ständig nur den Nachthieb. Wenn ich es jetzt einwechsel, ist Unglichter schwach gegen Kampf. Und ein Durchbruch und Snippun ist hin, weil es hat eine vielfache Kampfschwäche. Unglicht ist schwach gegen Kampf und Eis ist es ja auch. Nein, nein, genau. Nicht sehr effektiv. Jetzt zeige ich dir mal was sehr Effektives. Den Durchbruch. Wer nimmt denn in der Nachthieb überhaupt nichts? Warum jetzt ein Volltreffer, warte, du Mistvieh. Zack. Edge. Kommt davon. Lass mich doch hier nicht verohnepiepeln. Ui, ui, ui. Ein Seedraking. Das ist nur schwach gegen... Na, ihr wisst schon. Das ist nur schwach gegen Drachenattacken, die ich im Moment gar nicht drauf habe. Was soll's? Flamerex geht wieder zurück, weil es ist ja Wassertrache. Wird sich Scherox halt darum kümmern. Schwerttanz. Drachentanz. Tja, die versuchen sich also... Versucht sich auch zu boosten. Na ja, gut. Aber blöd, nur bei ihm steigt auch die Initiative. Bei mir nur der Angriff. Aber dafür halt um zwei Stufen, statt nur um einer. Okay. Stahl ist nicht sehr effektiv auf Wasser. Also machen wir lieber die Kreuzschere. Hydro-Pumpe. So, Kreuzschere. Schlitz. Und... Zahlen bitte. Seedraking wurde besiegt. Und Level 72 für Scherox. Das ist so praktisch, wenn man ein getauschtes Pokémon hat, kriegen die ja mehr Erfahrungspunkte. Und jetzt noch ein Furni-Fraas. Okay. Moment, Moment, Moment. Rana-Bards. Das ist nämlich sehr gefährlich. Feuerattacken. Das sind der natürliche Feinde, das sind die Scherox. So. Surfer. Hehehe. Das Zauberwasser macht es noch stärker. Ich finde, das sieht echt ein bisschen komisch aus, dieses Furni-Fraas. So. Und jetzt hat es ja noch einen Hohen Weisel. Tatsächlich. Hohen Weisel. Naja, aber Flammerix ist schon geschwächt. Ich lasse mal Grana-Bards noch draußen. Zwinger. Vor allem Hohen Weisel. Das kann einem echt ganz schön gefährlich werden, wenn man nicht drauf passt. Das hat nämlich einige sehr fiese Attacken drauf. Mal sehen, was es überhaupt versucht. Angeberei. Du kannst mich. Du kannst mich mal wirklich kreuzweisen. So, jetzt tausche ich nämlich wirklich wieder auf Flammerix aus. Das müsste gefälligst nicht verwirren, damit das klar ist. Schlagbefehl. Naja, das ist aber nicht so effektiv. Okay. Dann bitte wieder Flammenblitz. Das wird es umauern. Das wird dich vom Tron stoßen. Na, was habe ich gesagt? Und Weisel besiegt. Und jetzt hat sie noch ein Stahl-Pokémon. Das guckt doch immer so böse. So, das war's. Wie ist das nun möglich? Wie konnte ich bloß verlieren? Ihr seid aber doch wohl nach wie vor von Zasters, oder? Ich bin Hieronymus, das nächste Familienoberhaupt der von Zasters. Ich werde alles tun, um die Ehre meiner Familie zu schützen. Eine Herausforderung von von Zaster Hieronymus. Und der hat echt sechs Pokémon. Holy shit. Und der fängt mit Donphan an. Das könnte jetzt problematisch werden für Flamberex. Weil es eh schon geschwächt ist. Aber wisst ihr was? Ich rechne stark mit einer Bodenattacke von Donphan. Also tausche ich jetzt einfach mal aus auf Fasersnob. Das wird davon ja nicht getroffen. Ha, verarscht. Er bewirkt nicht. Voll Idiot. So, ich hole zur Sicherheit jetzt mal lieber Branabats zurück. Okay, es schneidet Grimassen. Das kann man doch einfach nur hassen. So, und jetzt Hypertrank. Für erstmal, ja erstmal doch Branabats. So, niemals noch gemastet. Das greift mich wenigstens gar nicht an. Weil Erdbeben ja nicht trifft. So, gleich nochmal ein Hypertrank. Für Flamberex. Gigastroß. Gigastroß. Das tut natürlich jetzt sehr weh. Aber Fasersnob steckt das locker weg. So, und jetzt muss es sich ja aufladen. Es ist nämlich ein Hyperstrahl. Also Branabats, komm raus. Ich bin echt gespannt, was der sonst noch so für Pokémon intima. Der Donfer kann sich gegen das Rückstoß durch den Angriff nicht bewegen. Das nenne ich aber Pech. Surfer. Bei so einer Taktik muss man aufpassen, wenn man sich da eine Runde ausruhen muss. Das kann fatale Folgen haben, wie man sieht. Und was? Was hat Robuster das Fähigkeit? Verarsche? Genosse. Ich weiß ja gar nicht, dass Donfern Robuster das Fähigkeit haben kann. Tja. Kann man mal sehen. Erdbeben. Naja, das überlegen wir doch locker. So. Stärke. Ich bin hier immer noch der Stärkste von allen. Als nächstes Tangolos. Oh, 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 oh. Flammirex, das machst du bitte Platz. Ich finde, Tangolos ist auch eines der hässlichsten Pokémon. Das sieht so eigenartig aus. Wie sieht das aus wie das Spaghetti-Monster? Echt mal. Flammenblitz. Das ist ja so ein richtiges Nudel-Operst. Da, Vortreffer. Super. Super geil. Als nächstes Land-Turn. Ja, aber anerbares kommt es denn auch mal raus. Aber das ist ja Wasser-Elektro. Damit Elektro wirst du bei mir nicht landen können. Irgendwie sieht das doch voll cool aus, Land-Turn. Erdbeben. Fiese Überraschung. Und abgesoffen ist der olle Fisch. 32 für Pranabatz. Sehr schön. Was jetzt? Waschak-Wheel. Ho, 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 ho. Also irgendwie so. Naja, Flammirex ist jetzt aber auch blöd. Das ist ja ein Flug-Pokémon. Ich riskiere es einfach mal, ja. Oder doch nicht. Nein, ich riskiere es doch nicht. Das ist so ein geiles Pokémon. Und das blöd ist, das gibt es nur in der weißen Edition zu fangen. Beziehungsweise seine Vorstufe Geronimats. Das finde ich voll blöd. Warum gibt es das nicht in schwarz? Ja, weil es da eben Skalük und Griffelis gibt. Die sehen aber heute nicht so cool aus. Wasserring. So, freier Fall. Es wird entführt in luftige Höhen. Und wir werden fallen gelassen. So, Wasserring. Jetzt haben wir uns mit einem Wasserring umgeben. Und meinetwegen wieder ein Hypertrank für Flammirex. Das ist wieder volle Kapi. Sturzflug. Ach, das kann es auch noch. Oh mein Gott. So, jetzt ist Brannabas leider besiegt worden. Das ist mir jetzt auch egal. Es hat nämlich schon einen Ruhstoß erlitten. Und jetzt kommt Flammirex nochmal raus. Ich setze alles auf eine Karte. Kopfstoß. Das tut ganz schön weh. Das ist auch die stärkste Gesteinsattacke. Dem Vogel habe ich die Flügel gestutzt. So, und jetzt ein Max-Ax. Das hat der auch noch. Wo haben die diese ganzen coolen Pokémon her? Das ist voll krass. So, Max ist Level 65. Ja. Mh, ja. Machen wir nochmal einen Kopfstoß. Drachenpuls. Oh mein Gott. Ha, überlebt. Kopfstoß. Puls. Oh, knapp überlebt. Aber leider Flammirex nicht. Schamkleister. So, na warte. Xerox, kommst du nochmal raus. Bitte. Und jetzt mach es fertig. Ja, aber der hat ja dann noch ein Pokémon. Das ist doch nicht zu fassen. Okay, ähm. Ja, einfach nur eine Kreuzschere. Versuchen wir, was er macht. Das würde ihm nichts nützen. Kreuzschere, bitte. Verhöhner. Das ist ja mit Verhöhner. Da hätte ich jetzt gar kein Schwertanz machen können. Weil ich da nur offensiv angreifen kann. So, und Maxox ist down. Das ist jetzt sein letztes Pokémon. Ich bin gespannt. Es ist erstmal Level 75 für Xerox. Es ist ein Césurio. Okay, Pokémon wechseln. Aber Blödsinn, Flammirex ist ja... Ah, das ist jetzt Kacke. Das ist Syrio. Stahl und Licht. Also, naja. Schwertanz kann ich nicht einsetzen wegen Verhöhner. Kreuzschere. Das wäre voll schwach gegen Kampfattacken. So, Eisenabwehr. Och, nö. Warum tust du mir das eigentlich an? Warum tust du mir das an? Kreuzschere. Und ich... Was zum Alter? Eisenschill. Das ist... Das soll jetzt aber ganz schön... So, der Föhner lässt nach, weil ich jetzt war auch nicht mehr. Mich boosten, weil... Jetzt habe ich endlich gewonnen. Hat ganz schön lang gedauert. Was? Wie kann das sein? War das 26.000 Poké-Dollar? Das ist so geil. Hm. Ich schätze, es war wohl ein wenig voreilig von mir, den Posten des Familienoberhaupts einzunehmen. Du kannst stolz auf dich sein, eine so traditionsreiche Zerena-Dynastie wie die von Zasters bezwungen zu haben. So, und damit, Leute, habe ich alle Mitglieder der von Zaster-Familie besiegt. Weil gegen ihn hier kann man halt, wie gesagt, nicht kämpfen. Aber rein theoretisch, wenn man jetzt die freien Plätze betrachtet, dann ist, wie gesagt, der hier noch Platz. Obwohl, nicht blöd sein. Eigentlich ist das auch komisch. Er sitzt ja doch schon auf so einem... Es sieht so aus, als würde er da drauf stehen. Aber naja. Man sieht, unter ihm befindet sich doch so eine Sitzmöglichkeit. Das heißt, sie sind eigentlich doch noch zwei Plätze frei. Rein theoretisch, wenn er sich da noch an den Tisch setzen würde, wäre dann immer noch ein Platz frei. Aber wie gesagt, es kommt jetzt niemand mehr. Es ist... Es ist vorbei. Es wurden alle jetzt besiegt. Jetzt kann man sie auch nicht nochmal herausfordern. Weil wir alle besiegt haben. Ja, hm. Ich schätze, es war ein wenig freilich von mir. Ja, ja. Schon klar. Die Kinder von heute sind ganz schön starke Kämpfer. Und meine Enkel eines Tages auch so viele Geträne werden, wie du eine bist. Na, ich denke schon. Kann durchaus sein. Ja, was für ein Debakel. Aber die von Zaster-Dönis, die wünscht dir für die Zukunft alles Gute. Ja, danke schön. Du hast es echt drauf. Das muss man dir lassen. Wie kann jemand so stark sein, dass selbst die geballte Kraft der von Zaster-Dönis dir nichts gegen ihn ausrichten kann? Denn dir gebührt wirklich Respekt. Oho, ein Pokémon-Kampf mit der ganzen Familie. So einen Spaß hat man selten. Ja, gut. Leute, das waren die von Zasters. Wollte ich einfach auch mal machen. Sorry, dass ich das jetzt zusammenschneiden musste. Aber das hätte doch sonst viel zu lange gedauert. Und im nächsten Part... Naja, ihr werdet dann schon noch sehen, was ich euch im nächsten Part zeigen werde. Und keine Sorge, die Person in diesem Haus hier habe ich natürlich nicht vergessen. Aber die hebe ich mir bis zum Schluss auf. Also, so ziemlich bis zum Schluss werde ich mir die aufheben. So, jetzt würde mich mal interessieren, wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich durch das Besiegen der ganzen von Zasters so offen? Und noch das Verkaufen der Schätze muss sogar voll reich sein. Ich habe... Oh mein Gott, ich habe über 2 Millionen Pokedoller. Ist das geil, Mann. Das ist so oberkrass. 2.307.002 Pokedoller. Holy moly. Das ist echt obergeil. So habe ich das gern. Also, ich habe jetzt auf jeden Fall keine Finanzmeldung. Ich kann mir alles kaufen, was ich will. Na dann, danke wieder fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Schwarz. Es gibt noch ein bisschen was für mich zu tun, Leute. Also, tschüss. Bis zum nächsten Mal.